Serbien gegen Russland, die Nummer 8 der Welt gegen die 46 oder auch Janko Tibsarevic gegen Alex Burgomolov. Tibsarevic ist, wie immer, an seiner Brille gut zu erkennen. Dreimal sind sich diese beiden schon auf Turnieren begegnet. Einmal hat sogar Burgomolov gewonnen, das ist allerdings schon acht Jahre her. 2006 war es in Tokio. Danach gab es nur noch glasklare Erfolge für Tibsarevic. Und auch hier in Düsseldorf zeigte der Serbe von Anfang an, dass er sich in Topform befindet. Den ersten Satz holte sich Tibsarevic mit 6 zu 1 und er spielte enorm druckvoll und präzise. Auch im zweiten Satz lag Tibsarevic schnell mit einem Break vorne. Burgomolov konnte das Tempo von Tibsarevic zu keiner Phase mitgehen und verlor auch den zweiten Satz, diesen dann mit 3 zu 6. Damit brachte Tibsarevic Serbien mit 1 zu 0 gegen Russland in Führung.